Hallo und herzlich willkommen bei Adia Fishing. Wir sind wieder im Wasser unterwegs und diesmal mit einer Brusttasche von Fischbond. Das ist die Thunderhead Jazzpack von Fischbond. Wie alle Produkte in der Thunderhead-Serie ist auch diese Brusttasche zu 100% wasserdicht und aus dem neuen Newstream-Material hergestellt. Das neue Newstream-Material ist ein sehr robustes und wie gesagt wasserdichtes Material hergestellt aus Plastikflaschen-Trinkkanister, also recycelt, 100%ig nachhaltig. Die Brusttasche hat immerhin ein Fassungsvermögen von 5 Liter. Also ich habe hier zum Beispiel 4-5 Fliegendosen drin, mein Handy und einen Autoschlüssel. Perfekt eigentlich für den Tag, für die schnelle Nummer am Wasser. Zudem haben wir noch eine kleine Stretch-Tasche vorne. Es ist nicht wasserdicht, nur wasserabweisend. Also aufpassen, was ihr hier reinpackt. Am besten vielleicht ein Ersatzlider oder ein bisschen Tippet-Material. Außen an der Brusttasche haben wir drei Befestigungsmöglichkeiten. Einmal links und rechts diese kleinen Laschen, wo man eben Nipper befestigen kann oder wie hier ein Schwimmpräparat. Und unten haben wir eine etwas längere Lasche für den Tippet-Holder. Das sind jetzt alles Sachen, die ich mitgebracht habe. Also nicht im Lieferumfang enthalten, aber eben cool, um das Chest-Pack für den Tag auszustatten. Die Lasche hier unten für den Tippet-Holder ist extra ein bisschen weiter gewählt oder länger gewählt, damit der Tippet-Holder so eine gewisse Versteifung hat. Also er lässt sich noch bewegen, aber er klimpert eben nicht oder fängt an zu stören. Finde ich eine wirklich gute Lösung. Genial gemacht. Ja, das Thunderhead Chest-Pack lässt sich verschließen mit dem neuen True-Zipper von Fishpond. Das ist ein Reißverschluss, der mit zwei Dichtlippen arbeitet. Also nicht mit einer Verzahnung, sondern einfach zwei Dichtlippen, die super abschließen. Und zudem geht er etwas leichter zu öffnen und zu schließen als eben der alte T-Sip von Fishpond. Ja, die Brusttasche ist befestigt an einem wirklich schönen Rückenteil. Breit gewählt, das heißt guter Tragekomfort, schöner Schnitt. Also dieses Rückenpolster stört auch nicht beim Tragen. Und zudem haben wir hier noch einmal einen D-Ring zum Befestigen von Sicherungsseil oder Magneten. Und unten eben der Net-Holder von Fishpond. Wirklich eine super Sache, damit der Kescher immer griffbereit und dicht am Mann ist. Befestigen lässt sich das Ganze hier mit diesen Schnallen von Fishpond ganz einfach auf und zu machen. So kann man das Chest-Pack anziehen oder aber eben an einem Thunderhead-Rucksack oder auch einem normalen Fishpond-Rucksack erweitern. Das heißt, überall wo diese Schnallen zu sehen sind, weiß man, okay, hier kann man zum Beispiel den Rucksack mit einer Brusttasche erweitern oder eben andersrum. Ja, wir haben jetzt hier die Brusttasche ausgestattet mit allem, was wir brauchen. Fliegen sind dabei, Tippet-Holder ist unten dran. Wir werden jetzt hier hinten nochmal unseren Kescher reinstecken in diesen Net-Holder. Und dann gehen wir mal ins Wasser und schauen, was die Fische sagen. Ja, unser Tag mit dem Jazz-Pack am Wasser ist jetzt hier. Das Fishpond-Produkt hat uns wieder mal überzeugt. Zum einen natürlich super wasserdicht. Wir sind einmal etwas tiefer reingegangen zum Releasen. Schlüssel-Handy, alles ist trocken. Zum anderen sind diese 5 Liter wirklich ausreichend, um eben schnell ans Wasser zu gehen. Weiter überrascht hat uns einfach die Passgenauigkeit dieser Brusttasche und dass eben an den Seiten nichts rumhängt. Nicht mal hier diese Verstellbänder hängen gerade runter, sondern die sind immer doppelt gelegt. Das heißt, es stört absolut nichts und ich habe maximalen Bewegungsfreiraum. Also, wenn ihr vielleicht gerne wirklich minimalistisch ans Wasser gehen wollt oder aber euren Rucksack nochmal mit einer Brusttasche kombinieren wollt, können wir diese Thunderhead Jazz-Pack wirklich empfehlen. Viel Spaß damit am Wasser und Tightlines. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.